Aber wir sind langfristig ultra-bullish auf den Markt. Ich würde sogar sagen, zerstörerisch-bullish für die Weltwirtschaft, denn der werden solche teuren Ölpreise nicht schmecken. Wenn ich jetzt den Bitcoin betrachte, wenn man jetzt gemein sein will, könnte man sagen, es ist eine Hebelwette auf den Nasdaq. Aber ich denke auch auf Sicht der nächsten Jahre ist es ein Titel, den ich wahrscheinlich noch massiv aufladen werde. Heute freue ich mich wieder über einen ganz besonderen Gast, und zwar Philipp Hopf von HKCM. Wir sprechen heute über drei spannende Trades, die meiner Meinung nach perfekt geeignet sind, um sich vor steigender Inflation zu schützen. Und zwar diese Stagflationsphase. Wir hatten in den 70er Jahren ähnliche Faktoren, wie wir sie im Moment erleben. Wir hatten zuerst eine hohe Inflationswelle. Danach ist die Inflation abgeflaut, weil die Zinsen erhöht wurden. Allerdings, ähnlich wie damals, wurden die Zinsen nicht stark genug erhöht und zu früh gesenkt. Und in diesem Szenario gab es zwei Rohstoffe, die besonders gut performt haben. Silber und Öl. Über diese beiden Rohstoffe werden wir heute sprechen, ja, beziehungsweise Edelmetalle. Wir geben einen Ausblick, wohin geht die Reise, bis wohin können diese Werte fallen. Die haben damals beide mehr als 1000% zugelegt, in einer Phase, wo der Markt zehn Jahre lang hohe Realverluste hatte. Und der dritte Wert, natürlich damals noch keine Datengrundlage, weil er erst 2009 ins Leben gerufen wurde, und zwar Bitcoin. Das schauen wir uns an und jetzt rein ins Video. Viel Spaß. Ja, lieber Philipp, freut mich, dich heute wieder hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Wir haben heute drei spannende Werte dabei, die ich mal unter dem Thema Stagflations-Trade positionieren würde. Ja, also ein ähnliches Szenario wie die 1970er Jahre. Und wir haben heute drei spannende Themen, mit denen man sich davor, ja, schützen kann. Der erste Wert, über den wir heute sprechen wollen, ist Bitcoin. Ja, Moritz, erstmal grüß dich und danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ja, fangen wir gleich mal an. Zum Bitcoin, wie folgt. Also folgende Situation, vielleicht mal kurz zur Erläuterung. Wir hatten hier eine Zielzone. Wir berechnen das Ganze ja nach der Elite-Wellen-Methodik. Das ist lustigerweise, wenn man so nennen möchte, von den über 200 Assets, die wir auf täglicher Basis analysieren, ist das der Markt mit der höchsten Trefferquote. Ja, man würde vielleicht denken, das ist ein Rohstoff oder eine Blue-Chip-Aktie. Aber nein, es ist der Bitcoin. Und ich glaube, da haben wir seit, weiß nicht, eineinhalb Jahren oder so, haben wir keine Fehlspekulation mehr mit einer Zielzone gehabt. Also im Endeffekt, was machen wir da, ist ja einfach nur eine Zone, von der wir davon ausgehen, dass sich dort die Trendwende vollzieht. Also vom bärischen in einen bärischen Trend in den bullischen oder vom bullischen in einen bärischen, wenn es eine Short-Zielzone ist. So eine Zielzone wurde jetzt hier angelaufen, dreimal mit jeweils tieferen Tiefs, wie wir hier sehen konnten. Die verläuft vom 23,6er Fibonacci bei knapp 59.000 bis runter zum 50er bei 47.000. Und man sieht, wir sind jeweils etwas tiefer gekommen. Dann jetzt am sogenannten schwarzen Montag, den wir erlebt haben, kam eben der letzte Washout. Und seitdem arbeiten wir uns gerade wieder hoch. So sieht ja an sich ganz nett aus. Was ist unsere Erwartung? Dann möchte ich aber noch darauf eingehen, warum ich aktuell, wie soll ich sagen, nicht so entspannt bin darauf und auch nicht so hyperbullisch bin, was den eminenten Verlauf der nächsten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Monate angeht. Das hat aber einen charttechnischen Hintergrund. Also grundsätzlich einmal gehen wir davon aus, dass der Bitcoin in den letzten Zügen ist für die eminente Aufwärtsbewegung. Und das könnte theoretisch auch schon hier fertig sein. Also wir gehen ja eigentlich davon aus, dass die fünf der drei fertig ist. Wir noch eine Korrektur bekommen, um dann hier die fünf der übergeordneten Welle eins in blau fertig zu machen. Im Anschluss, das sage ich ja auch seit Monaten in den Videos, gehen wir von einer größeren Korrektur aus 50 bis 60 Prozent. Bedeutet nicht, dass der Bitcoin-Zyklus dann zu Ende ist. Das ist nicht der Fall, sondern das ist die größte Korrektur innerhalb des bullischen Zykluses. Im Anschluss würde es dann weitergehen. So, aber man muss sich einfach darauf vorbereiten, dass das nochmal heftiger, ich meine, wenn sich Kurse halbieren, dann ist das selten angenehm. So, und es könnte aber auch schon so sein, dass wir quasi die, dass wir die Eins hier schon fertig machen, weil dann wären fünf Teile fertig. Und dann würden wir irgendwo, ich sage jetzt einfach mal grob, ich zeichne das mal ein, in diesem Bereich, könnte ich mir vorstellen, kommen wir auch schon zum Stehen, also irgendwo im 80.000er, 90.000er Bereich, dass wir nochmal ein marginal neueres All-Time-High machen, hier reinkommen, um dann zu drehen. Jetzt fragen sich die Leute, ja, aber 100.000, 120.000, warum nicht? Nun, das kann im Anschluss kommen, aber was mich aktuell bedenklich stimmt, das möchte ich hier gerade mal auf die Indikatorenlage hier mit dir besprechen. Wenn wir uns jetzt mal drei unterschiedliche Zeitebenen anschauen, einmal den Weekly, kurz zur Erklärung, das ist der MACD, MACD, RSI, ein Momentum-Indikator, ein Long-Short-Indikator, den wir selber laufen haben. So, und wir gucken uns das Ganze mal hier an, wir hatten schon länger auf dem Weekly einen Durchbruch nach unten, ist jetzt nicht wirklich so wild. Aber, was ich mir immer gerne anschaue und auch gerne dabei weiter zurückgehe, ja, also wir schauen jetzt gerade mal hier bis ins Jahr 2019 rein, ist auf Two-Week-Basis, also jede Kerze repräsentiert zwei Wochen und da sehen wir jedes Mal, wenn wir auf dem MACD einen Cross hatten, also einen Bearish Cross, dann hatten wir es mit heftigen Abverkäufen zu tun. Ja, das war damals hier im März 2021, wir hatten den Cross und sind dann runtergekommen, wenn wir uns das mal anschauen wollen, vom Hoch bis zum Tief waren es ganz knapp 60%. Ja, danach kamen wir nochmal hoch, neues All-Time-High ausgebaut, das ist das, was wir hier als überschießende Welle B, eine ABC-Korrektur bezeichnen, hatten das aufgebaut, damals gingen auch alle davon aus, 100%, wir werden jetzt die 120.000 K knacken und so weiter, da haben die ganzen Moonboys geschrien und dann gab es die große Korrektur. Nur, was ist die jetzige Situation? Ich mache das mal größer, damit es möglichst alle Leute sehen können, wir haben jetzt auf dem Two-Week wieder einen Bearish Cross im MACD. Wir haben ihn auch von sehr hohem Level im RSI, wir haben abnehmendes Momentum und zwar schon mehrere Monate abnehmendes Momentum, aber wir stehen kurz davor, ein Short-Signal hier zu generieren auf dem eigenen Indikator, den wir hier selber laufen haben. Das stimmt nicht bedenklich. Bedeutet das jetzt, dass wir kein neues Hoch mehr haben können? Also, Entschuldigung, falscher Chart, dass wir hier nicht nochmal ein neues All-Time-High über die 73.808 bekommen können? Doch können wir, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann nicht nochmal 50% höher geht, sondern dass wir vielleicht das Ganze irgendwie marginal noch 30, 40% in den Bereich hochkommen. Ich wäre einfach dann vorsichtig, einfach mit der Erwartung, jetzt sich darauf einzustellen. Wie gesagt, das ist keine Meinung, das ist einfach nur die Analyse, die charttechnische Analyse. Auf dem Monthly Chart, also Monatskerzen, sehen wir auch schon, dass der MACD von hohem Level hier runterkommt, er crossed hier. Wir haben jetzt die erste negative Candle, was das Momentum angeht, ausgebaut. Es ist, das ist alles in den letzten Tagen jetzt so gekommen. Stimmt mich aktuell vorsichtig auf die Erwartung hin, dass wir dann die blaue 1 abgeschlossen haben könnten. Ich zeige das nochmal direkt hier auf dem Chart. Das wäre die Alternative, wenn wir direkt durchrauschen würden. Alt 1, und dann müssten wir auch hier damit rechnen. Wie schon gesagt, 50 bis 60%, wo stehen wir gerade, 58, dann wären das hier nochmal circa 50 bis 60% Abverkaufspotenzial innerhalb dieser blauen Wette 2, die zu erwarten wären. Jo, das mal von meiner Seite aus. Du schaust dir ja viele Charts an, Philipp. Und wenn ich jetzt den Bitcoin betrachte, wenn man jetzt gemein sein will, könnte man sagen, es ist eine Hebelwette auf den Nasdaq. Die Korrelation, die ist sehr, sehr stark, insbesondere so in den letzten vier Jahren. Wenn du dir zum Beispiel Nasdaq anschaust und Bitcoin, siehst du dann so ein gewisses Muster? Ja, gucken wir uns auch an. Weißt du, von der Philosophie her, als Elliot Waver sagen wir, jeder Chart muss einzeln betrachtet werden. Weil bei Korrelationen ist es ja oftmals so, das ist so lange eine Korrelation, bis es dann nicht mehr ist. Und wenn etwas immer mal wieder zusammenläuft, aber nicht immer zusammenläuft, dann kannst du meiner Meinung nach nicht wirklich eine Regel daraus machen. Das ist auf jeden Fall schwierig, weil du kannst sagen, ja gut, wir beobachten die, es gibt aber auch Zeiten, wo sie auseinanderlaufen. Aber ich bin bei dir, wenn du beide Charts übereinanderlegst, haben wir auch in der Dauerbetrachtung, dann ist das sehr ähnlich. Aber wie gesagt, ich gehe nicht auf andere Charts ein, sondern ich schaue mir die Situation bei Bitcoin an und die zeigt uns schon charttechnisch, dass wir, dass eigentlich müsste es jetzt, wenn man das mal anders betrachten möchte, was müsste passieren, dass wir jetzt doch nochmal ein imminent bullisches Muster bekommen, dann müssten wir jetzt in den nächsten Tagen richtig hochknallen, damit sich die Indikatoren nochmal quasi neutralisieren. Aber aktuell, ganz aktuell sieht es nicht danach aus. Ja, ich habe zum Bitcoin eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich fand, er hat sich in dieser Abverkaufsphase sehr, sehr gut gehalten. Ja, also der Bitcoin-Spot war besser positioniert als zum Beispiel die ETFs oder auch eine MicroStrategy. Ich glaube auch, dass es durchaus politisch getrieben ist, ja, Bitcoin-Reserve in den USA und so gewisse Punkte, die da im Raum stehen. Ich blende für unsere Zuschauer auch nochmal einen Chart ein. Die hohe Korrelation mit dem Nasdaq und da sieht man, beim Unterschreiten der Nulllinie war es immer ein sehr, sehr guter Timing, um Bitcoin zu kaufen. Ja, weil man eben auch das Aktienrisiko rausnimmt. Für mich ist auch immer ein bisschen die große Frage, dadurch, dass Bitcoin jetzt so institutionalisiert ist, ja, ob man dieses hohe Upside in Zukunft noch hat. Ich glaube, das Downside ist etwas beschränkter als in der Vergangenheit, sehe aber durchaus auch Szenarien, dass wir nochmal auf diese 40.000-Dollar-Marke zusteuern können. Und ich bin ja fundamental Analyst, aber muss auch sagen, bei Bitcoin Elliot Waves herausragende Trefferquote. Also deswegen habe ich da in dem Punkt gar nicht so viel zu ergänzen. Ja, und das ist auch wohlgemerkt nicht in allen Märkten so. Ja, das ist herausragend hier und dann benenne ich das auch so, aber wir haben auch andere Märkte, dort läuft das nicht so gut. Kommen wir doch gleich mal zum nächsten Markt, wo wir schon länger einen Top erwartet haben und es kam dann nicht, also wo man sagen könnte, da läuft es nicht so gut. Das ist der Silbermarkt. Ich gehe ja gerne gleich mal darauf ein, das ist ja der zweite Markt, von dem wir gesagt haben, wir besprechen ihn gerne mal an. Ja, schauen wir uns gerade mal unseren Silberchart an, auf 4-Stunden-Basis. Man sieht es schon, wir haben hier bereits, das war im April diesen Jahres, versucht, den Markt hier zu shorten. Das ist per se auch gelungen. Wir konnten hier die Trendwende abfangen, kann man ja ganz klar sehen, es kommt der eine Spike rein. Diese Zielzonen sind wohlgemerkt immer schon Wochen, teilweise Monate, bevor der Markt reinkommt, gesetzt worden. Ich zeige das nachher auch gleich mal, wie wir da vorgehen. Jedenfalls, da gab es eine Trendwende, aber es war eben innerhalb einer WX-Formation, der Markt lief nachher noch hoch, dann hatten wir direkt im Anschluss diese Zielzone hier gesetzt. Die wurde ganz knapp verpasst, verpasst, ja, also um Cents quasi. Und bisher hatten wir bis zum Tief jetzt auch eine stärkere Reaktion, wenn man bedenkt, im Silbermarkt knapp 20% abgegeben, ist nicht ganz richtig, sind 19,2%. Was wollen wir hier sehen? Um unser imminent-bärisches Szenario zu bestätigen, müsste der Markt jetzt direkt unter die 26,25 Dollar, die Silberunze fallen. Dann würden wir sagen, okay, das war es jetzt, wir gehen nicht von einem neuen Hoch aus, der Markt kommt jetzt weiter runter. Ich zeige das nachher auch mal auf den Indikatoren, die da auch beim Silber eigentlich eine sehr klare Sprache sprechen. Silber ist schon viel weiter gelaufen als Gold. Gold hält sich quasi noch deutlich stärker oben als Silber. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass der Markt jetzt noch mal Platz hätte, nach oben zu kommen, in unsere Zielzone. Das ist unsere Zielzone, grüner Pfeil rein. Und das Optimalziel waren eigentlich die 35 Dollar, das 141,40er, wo wir gesagt haben, da endet hier der komplette Wellenverlauf nach oben. Wir haben dann einen drastischen Abverkauf nach unten. Wohlgemerkt und ehrlicherweise, das sagen wir schon eine ganze Weile. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, Silber und Gold sind jetzt nicht gerade so die super volatilen Märkte gemessen an anderen, wo sich einfach Bewegungen dann auch sehr schnell ausspielen. Die laufen auch oftmals lange seitwärts, haben überhaupt gar keine großen Bewegungen. Schauen wir uns das beispielsweise an, wie stark volatil alle Märkte waren. Die vergangene Handelswoche, wo wir eben diesen schwarzen Montag hatten, da hat Gold sich so ziemlich gar nicht bewegt. Grundsätzlich einmal, wie gesagt, die wichtige Markte, auf die es jetzt zu achten gilt, wäre die 26,25. Das bisherige Low vom 3. Mai 2024, wenn wir da runtergehen, werden wir diese Zielzone hier rausnehmen. Dann gehen wir davon aus, das war es jetzt, wir kommen nicht noch mal hoch. Sollte das nicht der Fall sein und wir bouncen hier, wäre das hier ein Bereich, wo wir den Markt noch mal shorten würden und davon ausgehen, dass wir dann deutlich weiter abfallen. Wir gehen ja davon aus, dass wir hier also sogar noch mal in die Richtung 30 bis 40 Prozent fallen könnten. So schauen wir uns die Indikatorenlage dazu an. Da haben wir mehrmals jetzt auch negative Divergenzen auf dem Chart. Ich muss gerade mal schauen, was ich da geöffnet habe. Two-Day, Weekly und Two-Week. Also schauen wir uns den Weekly an. Sie ist ein bisschen zusammen, dass man es hier besser sehen kann. Indikatoren sind wieder gleich. Das ist ein bisschen ein anderer, der nennt sich Bottom Finder, ist jetzt aber gerade nicht relevant. Wir haben hier wieder MACD, RSI und Momentum Candles. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, beim damaligen High des Silberpreises, wie hoch wir da im MACD gekommen sind und jetzt hatten wir ein neues, quasi innerhalb dieser Sequenz, ein neues Hoch ausgebaut und zwar ein deutliches neues Hoch hier und wir sind gar nicht mehr so stark runtergekommen. Das nennt man negative Divergenzen. Wir sind hier bereits auf dem Weekly Charts auch nach unten gecrossed. Wir kommen auch hier von einem überkauften Zustand, vom RSI deutlich nach unten und wir haben ganz stark abnehmendes, äh, positive, äh, Entschuldigung, negatives Momentum, also die positiven Momentum Candles nehmen stark ab. Jetzt drücke ich mich richtig aus und wir stehen ganz kurz vor einem Short-Signal und für mich am relevantesten ist auch hier the two weeks und schauen wir uns das Ganze an, was damals passiert ist, wenn wir Crosses hatten im MACD, massive Abverkäufe, wir haben auch hier wieder, ist schwer zu sehen, stehen wir genau an einem Cross jetzt gerade im MACD nach unten, auch hier weiter abfallendes, äh, Momentum, und das spricht für mich aktuell dafür, dass diese provokante, ähm, Prognose, ich sag das deshalb provokant, weil eben die ganze Welt davon ausgeht, es kann nur nach oben gehen, diese, in, in times of uncertainty, also in solch unsicheren Zeiten, da muss es nach unten gehen, Inflation and so on. Wir sehen das nicht so, wir bleiben hier bei unserer Prognose und wir gehen erstmal vom Weiterfall in den Kursen aus. Okay, danke für die Einschätzung. Also ich hatte es ja am Anfang ein bisschen als der Stagflations-Trade, ähm, gebrandet hier. In diesen 70er Jahren damals Silber von 2 Dollar auf, ähm, 50 Dollar angestiegen, ja, also 2400 Prozent. Ähm, ich bin im Moment auch eher etwas pessimistischer für Silber auf die kurzfristige Sicht, ja, weil der Markt einfach davon ausgeht, dass wir ein Soft-Landing haben werden, ähm, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder erholt. Das glaube ich zwar auch. Ähm, glaube auch, dass, dass, dass diese ganze, ähm, Energiewandel-Thematik da etwas zu stark im Moment gespielt wird. Langfristig auf die nächsten 10 Jahre könnte die Nachfrage um 85 Prozent ansteigen. Auch ein Faktor, der, der im Moment etwas irritiert, ja, so viel zur Korrelation, die irgendwann brechen, ähm, könnte das Gold-Silber-Watio sein, was im Moment so bei 75 ist. Weil wir müssen einfach sehen, ähm, meiner Meinung nach würde auch Gold nicht auf diesem, ähm, Niveau aktuell verharren, wenn die Notenbanken, insbesondere die, die Pricks-Notenbanken nicht so stark Gold kaufen würden. Also wir sehen, dass im Moment ein Drittel des Angebots direkt in, in Notenbankkäufe geht. Ähm, trotzdem muss man sagen, Silber so günstig wie in den letzten 40 Jahren selten. Wenn es nochmal nach unten geht, sehe ich die 20 Dollar so als, als Marke, ja, da liegen im Moment so die Förderkosten, ähm, für mich immer besonders interessant, wenn ich Rohstoffe trade, zu schauen, wann ist dieser Schweinezyklus, in welchem Punkt, ja, und wenn ein Rohstoff unter die Produktionskosten geht, dann da auch, ähm, ordentlich rein zu akkumulieren. Sehe ich zum Beispiel auch bei Platin im Moment, aber Silber ist im Moment für mich auch so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch so ganz. Also vielleicht mal noch eine kleine Aussage. Das wird nämlich, das ist ja im, im Kryptobereich ist quasi Ripple, die Ripple Army, das ist alles sehr militant und sehr fundamentalistisch. Und, äh, wenn man sich so das klassische Anlagespektrum anschaut, dann ist bei Gold und Silber auch immer so, wenn du da was Falsches sagst, dann attackieren sie dich von allen Seiten, ja. Ich persönlich halte seit über einem Jahrzehnt Gold und Silber in physischer Form. Das ändert nichts an meinen Aussagen. Das ist etwas, was ich für den, wenn man so möchte, für den Notfall als Absicherung halte, da stehe ich dazu. Ich generiere damit keinen Cashflow. Ich halte es einfach nur, ich bin überzeugter Edelmetallhalter. Ich muss das immer wieder sagen, weil es irgendwie so den Eindruck macht, als wir bashen das die ganze Zeit, ja. Eine Analyse hat nichts damit zu tun, wie ich mich privat verhalte und wie ich dazu stehe. Und ich sehe Silber für sehr interessant. Ich stand in den letzten Tagen, das ist nicht ganz richtig, in den letzten zwei Wochen, kurz davor eine sehr große Menge Silber zu kaufen, ja. Und habe mir dann aber einfach die Charts angeschaut und habe das genauso gesehen, kurzfristig, kurz bis mittelfristig, who knows, wie weit es dann braucht, bis sich das Ganze ausspielt, das wissen wir nicht, sehe ich hier eher noch Abgabepotenzial. Und dann kann es aber durchaus ein sehr interessantes Asset werden, sollte man in dem Bereich um die 20 Dollar oder etwas tiefer kommen, um hier wieder nachzukaufen. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, sobald wir wieder Zeichen sehen, dass die Inflation anzieht, ja, dass das Bullish sein wird für Silber, persönlich rechne ich aber damit eher nächstes Jahr erst, dass wir hier wieder einen Anstieg sehen und kann auch unterschreiben, was du sagst. Also ich bin auch Edelmetall-Befürworter, aber es geht ja darum, dass wir hier das aktuelle Chancen-Risiko-Verhältnis einfach einschätzen. Genau, ja. Okay, dann haben wir noch einen dritten Punkt, interessanter Punkt, und zwar der Ölmarkt. Du wirst ja dann noch auf eine Aktie im Anschluss eingehen. Eigentlich hätte ich jetzt nicht darüber sprechen sollen, weil ich bringe es eigentlich auch nicht hin. Das ist jetzt wirklich nur für deine Community, weil das zeigen wir gar nicht, wenn wir in Zielzonen stehen. Ihr kriegt es also jetzt mal live mit. Wir machen normalerweise, versuchen wir das natürlich nicht, was die Abonnenten zu sehen bekommen, aber es ist jetzt so, ich führe mal ganz kurz durch. Wir haben hier, das ist unser Login-Bereich, am 8.8.224, um 15.52 Uhr eine Mail rausgeschickt, neue Zielzonen. Ja, man sieht, diese Zielzonen werden gesetzt, wenn der Markt noch nicht so weit gelaufen ist. Da standen wir bei 78,16 Dollar des Barrel, bei WTI, also Crude Oil, es gibt ja zwei große Ölsorten, West Texas Intermediate und Brent europäisch, also britisches Öl. Ich nehme mal, beziehungsweise hier steht laufende Bewegungen, welche spät in den südlichen Zielzonen münden sollen, haben wir inzwischen noch mal eine untergeordnete Wellenstruktur spendieren können und haben hier quasi eine Zielzone hinterlegt. So, man sieht, wir gingen davon aus, der Markt hat noch einen Ticken weiter runter zu gehen, dann sollten wir in diese Zone reinkommen. Und wenn ich einen Markt shorten möchte, dann warte ich bei einer A, B, C Korrektur normalerweise die erste Abwärtsbewegung, dann kommt die Gegenbewegung innerhalb der Abwärtsbewegung, das ist die Welle B und dann sollte die mit der stärksten Ausprägung kommen, das ist die C Welle, welche dann auch das Tief der Welle A unterschreiten sollte. Und wir gehen davon aus, dass der Markt innerhalb dieser Zone sein Aufwärtsmomentum erschöpft, quasi zum Stehen kommt, um dann abzuverkaufen. So, und wir wollen eben hier unsere Shortposition eröffnen, wir stoppen das Ganze immer einen Prozent über einer Zielzone ab und gehen dann davon aus, dass wir hier zumindest einmal das 61,8er anlaufen, der goldene Schnitt bei 62,62 Dollar, das Barrel WTI. So, und jetzt gucken wir uns den Live-Shattern, das war eben, wie gesagt, gerade vom 08.08.2024, vor ein paar Tagen, was ist passiert? Wir hatten hier ein weiteres Tief ausgebaut, genauso in der A wie prognostiziert, und jetzt sind wir hier scharf nach oben gekommen und haben jetzt gerade eben, zeichne es mal ein, jetzt gerade eben hier, die Zielzone erreicht, wir sind jetzt gerade eben bei 80,08 Dollar, das Barrel, gehen davon aus, dass hier wahrscheinlich in diesem Bereich zwischen dem 61,8er und dem 78,6er, das ist so ein Optimalbereich, für eine B-Welle, wir den Markt, der Markt hier seinen Top ausbauen wird und wir dann hier weiter runterkommen und wir haben hier das Ganze sogar noch weiter angepasst, also diese Zielzone nochmal weiter nach unten, wir gehen also, wenn man so möchte, wirklich von einem drastischeren Abverkauf aus, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der Markt läuft hier das 61,8er an, das wäre bei ca. 81,50 Dollar und läuft dann hier nur auf die Oberkante unser Mindestziel, dann wären das immerhin fast 39 Prozent Abverkauf. Wir gehen davon aus, dass der Markt erst diese Bewegung hier abschließen muss, die Welle 2 und im Anschluss sind wir dann sehr, sehr bullisch auf dem Markt, wie gesagt, das ist auch hier nicht Untergang oder sonst irgendwas, wir sehen hier noch eine Korrektur, ein Washout, knapp 39 Prozent, schauen wir uns unseren langfristigen Chart an auf Weekly Basis, das ist die Zielzone, die man hier sieht, die ich gerade auch eingezeichnet hatte und wir gehen im Anschluss von, das ist jetzt Multijahreschart, wohlgemerkt aus, Multijahreschart, aber wir sind langfristig ultra bullish auf den Markt, ich würde sogar sagen, zerstörerisch bullisch für die Weltwirtschaft, denn der werden solche teuren Ölpreise nicht schmecken, aber das ändert nichts daran, das ist unsere Prognose hier. Ja, also ich bin auch sehr bullisch auf den Ölpreis und dementsprechend, du hast es gerade eben schon gesagt, eine Aktie, über die wir beide schon mal ein Video gemacht haben, die Occidental Petroleum, das Unternehmen wurde bekannt, weil das Orakel von Omaha Warren Buffett mittlerweile eine 28-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen hält und das Interessante ist, wir sind im Moment bei 59 Dollar und wenn wir uns die Käufe von Warren Buffett anschauen, dann sehen wir, dass er unter dieser Zone immer seine Käufe getätigt hat, ja, also sobald diese 58-Dollar-Marke unterschritten wird, hat er gekauft, warum? Wieder Thema Stagflation, Öl konnte in diesem Zeitraum, in dieser Stagflationsdekade 1200 Prozent zulegen, der gute Warren Buffett hat das ganze Szenario in den 1970er Jahren schon erlebt, also hohe Realverluste an der Börse und einer der wenigen Gewinner war Öl, was auch sehr interessant ist, er hat letztens gesagt, dass es zwei Unternehmen gibt, die er niemals verkaufen wird, auch nach seinem Ausscheiden oder Ableben nicht. Die eine American Express und die andere Occidental Petroleum, da hätten scharfe Ohren auch schon mal vermuten können, dass Apple nicht genannt wurde, damals als 50 Prozent seines Portfolios und kurz darauf hat er die Hälfte der Position glattgestellt, aber anderes Thema. Wieso ich Occidental sehr, sehr spannend finde, also wir bekommen hier eigentlich so einen Cash-Ersatz, weil dieses Perm-Becken, was Occidental hat in Texas, da hat man sehr, sehr geringe Explorationskosten und man hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass neue Projekte auch erfolgreich sind. Dementsprechend wird relativ viel Cashflow generiert und Warren Buffett setzt sich ja bekanntlich dafür ein, dass dann Aktienrückkäufe eingesetzt werden. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Die Charts, die wir uns angeschaut haben, da könnte man auch meinen, deutet auf eine Rezession hin. Dementsprechend finde ich es interessant, wenn Unternehmen dann unabhängig, ob der Markt auch mal seitwärts läuft oder fällt, so einen kleinen Motor haben, um ihre eigene Performance zu treiben. Wenn man zum Beispiel jetzt jedes Jahr 10% der ausstehenden Aktien zurückkauft, dann ist das schon mal ein ganz interessanter Motor. Übrigens auch an der Stelle, für Leute, die etwas Cash in US-Dollar parken müssen, man bekommt im Moment auf eine dreijährige Anleihe auch 5% Rendite von Occidental Petroleum. Finde ich auch sehr solide. Wenn ich mir das Unternehmen anschaue, also ich glaube auch, dass wir nochmal einen Abverkauf sehen könnten. Deswegen habe ich auch erstmal, wir haben das auch für unsere Kunden, 50% der angestrebten Positionsgröße gekauft. Hängt natürlich auch von den Faktoren ab, Softlanding ja oder nein, China-Stärke ja oder nein, ähnliche Treiber wie bei Silber. Aber wir haben hier interessante politische Faktoren. Saudi Aramco hat angekündigt, seine Pläne zur Erhöhung der Ölproduktion zu streichen. Die USA möchte auch gerne diese 70 Dollar Ölpreis erhalten. Deswegen für mich einfach eine interessante Beimischung im Portfolio. Wir sehen ja auch geopolitische Spannungen in Israel, was von heute auf morgen jederzeit eskalieren kann. Dadurch veränderte Handelsrouten. Dementsprechend, wenn man jetzt Long Only unterwegs ist, finde ich Occidental sehr interessant, wenn es rückläufig ist, nochmal zu akkumulieren. Und langfristig sehe ich hier Kurse von über 100 Dollar. Was du angesprochen hast, der hohe Ölpreis, der wird sehr, sehr schwierig für die Wirtschaft zu kompensieren. Und deswegen auch ein weiterer Faktor, der für mich einfach wieder auf höhere Inflation im nächsten Jahr hindeutet. Ja, also ich bin selbst noch nicht bei Occidental investiert, aber das habe ich definitiv auf meiner Watchlist drauf. Ich denke, grundsätzlich, das sind ja viele Anleger stellen sich die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich wirklich von einer stärkeren Rezession auch ausgehen sollte? Wo gehe ich denn rein? Und ich kann mir vorstellen, dass das auf lange Sicht, wenn man sich Gold- und Silberminen anschaut, massiv unterbewertet. Also die sind ja regelrecht geschlachtet worden, das letzte Jahrzehnt. Und auch in Ölaktien finde ich super interessant. Ich habe, wie gesagt, Occidental beobachte ich auch. Wir sehen hier bloß noch nicht ganz den Einstiegspunkt kommen. Aber ich denke auch, auf Sicht der nächsten Jahre ist das ein Titel, den ich wahrscheinlich noch massiv aufladen werde, um mich da auch ein bisschen zu hedgen, was mein Restportfolio angeht. Also ich bin da gleicher Meinung. Vielleicht noch eine Frage an dich, Moritz. Was hältst du von American Express oder im Allgemeinen Kreditkartenanbietern wie vielleicht eine Visa? Ja, also was jetzt das zyklische Geschäft betrifft, ist eine American Express auf jeden Fall anfälliger als eine Visa und Mastercard. Es sind natürlich, wenn man sich die historische Performance anschaut, mit die bestperformenden Aktien aller Zeiten. Aber, um hier mal eine steile These abzugeben, also ich halte den Burggraben für die nächsten zehn Jahre für etwas wackelig, weil in dieser disruptiven Welt kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese beiden Unternehmen jetzt ein Leben lang diese zwei Prozent viel abgreifen können. Ja, und dementsprechend, wenn ich mir die Bewertungsmultiples anschaue, finde ich es ambitioniert bewertet. Finde eine American Express letztes Jahr, ja, da ärgere ich mich ein bisschen. Im Oktober waren die zu 13 Mal Gewinn bewertet, haben auch fleißig eigene Aktien zurückgekauft, nutze das Produkt auch selber sehr, sehr gerne. Finde es auch interessant. Es wird immer eine Win-Win-Situation geschaffen, ja, sowohl für den Konsumenten als auch für die Gegenpartei. Das ist für mich eigentlich, wenn ich nach Geschäftsmodellen schaue, so mit am interessantesten. Ja, also, wenn wirklich ein Player im Markt ist, der für alle Seiten eigentlich nur Vorteile schafft. Sehe ich auch so. Also, wenn ich das als Kunde von Amex mal sehe, ich habe schon Essensgutscheine genutzt und ich rede jetzt nicht hier von 10 Euro oder so, sondern kriegst dann 150 Euro Essensgutschein, was ich schon Upgrades in Hotels bekommen habe. Late Checkout von 12 auf 16 Uhr. Es ist also auch wirklich, die bieten dem Nutzer auch, also, wenn du das nutzt natürlich und dich mal informierst, was du da alles bekommst, da ist wirklich was dabei. Ich finde es interessant, aber ich beobachte natürlich auch die Verschuldungsquote der Amerikaner, die ja ein neues Rekord hoch erreicht hat. Das heißt, der Amerikaner ist halt so verschuldet, dass er unterschiedliche Kreditkarten nimmt, um noch seinen Schuldenberg irgendwie zu bedienen und das halte ich für sehr bedrohlich und damit auch für riskant in der Betrachtung und Bewertung dieser Unternehmen. Ja, also ein guter Pairtrade an der Stelle wäre ein Short auf die Regionalbanken, weil die einfach das hohe Gewerbe-Immobilie-Exposure drin haben. Deswegen glaube ich, dass die etwas früher fallen. Ja, und dann sieht man das auch in den Kreditkartendaten. Im Moment sieht es noch sehr stabil aus, aber da muss man sich halt immer fragen, muss man sowas am Ende eines 10-, 12-jährigen Bullenmarktes unbedingt im Portfolio halten? Ja. Oder? Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Philipp, es hat mir wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für deine Zeit und an die Community, dass ich hier den lieben Philipp schon auf das nächste Interview irgendwann festnageln kann. Schreibt mir gerne die Titel in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und selbstverständlich, für die, die den Kanal noch nicht kennen, die drei Leute in Deutschland, verlinken wir auch HKCM in der Videobeschreibung. Ich danke dir ganz herzlich, Moritz. War auch sehr interessant, dir zuzuhören und von der fundamentalen Betrachtungsweise da wieder einiges mitzunehmen. Danke sehr. Danke dir. Danke. Danke. Danke.